Liebe Zuschauer, heute zeige ich euch das Spiel Wehrwörter. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spiele-Blog, es war euch nach Haus. In diesem Video möchte ich euch das Spiel vorstellen und gerade bei dem Spiel darf natürlich eine Spielsequenz nicht fehlen. Das heißt, die binde ich dann auch ein, sobald ich euch ein bisschen was über die Abläufe gesagt habe. Das ganze Spiel dauert ca. 10 Minuten, ist also richtig schnell für 3-10 Spieler und ist ab 10 Jahre. Ausgehend vom Namen Wehrwörter kann der eine oder andere sicherlich schon was ableiten, insbesondere wenn er sich mit den Spielen ein bisschen auskennt, weil Wehrwölf von Düsterwald, die Gemeinde etc. Das sind alles Spiele, so Großgruppenspiele, die seit Jahren sehr beliebt sind. Das heißt, einer übernimmt die Rolle von Wehrwölfen, andere sind Dorfbewohner, andere haben spezielle Fähigkeiten und genauso ist es auch hier in dem Spiel. Allerdings wird das Ganze unterstützt durch eine App, die man optional natürlich nutzen kann, aber nachher zeige ich es euch natürlich mit App, weil das Ganze erleichtert natürlich das ganze Spielgeschehen. In diesem Spiel gibt es natürlich eine Vielzahl an unterschiedlichen Plättchen, wobei die alle die gleiche Rückseite haben. Je nach Spieleanzahl bekommt ein Spieler ein oder mehrere dieser Plättchen dann zugeordnet. Da gibt es auch eine Übersicht, wie man die verteilen soll. Mit der App ist natürlich am einfachsten gelöst. Wir befinden uns hier in einem Dorf und der Bürgermeister, der hat quasi so ein geheimes Zauberwort dann entdeckt. Aufgabe der Dorfgemeinschaft ist es natürlich, dieses Zauberwort zu erraten, um die Wehrwölfe natürlich aus dem Dorf zu vertreiben. Der Bürgermeister hat allerdings ein kleines Problem. Er ist stumm. Er kann sich also nur mithilfe dieser Antwortchips äußern. Also man liegt falsch, man liegt recht nah oder man weiß es nicht oder man liegt sogar richtig, wenn man das richtige Wort bzw. die Begriffe dann hier dann nennt. Ja, so schlüpft quasi jeder in so eine geheime Rolle. Allerdings gibt es noch so ein paar Besonderheiten und nachher in der Gameplaysequenz werdet ihr es auch merken, weil ein Spieler hat auch die Seherin vor sich liegen. Verdeckt natürlich, die anderen wissen es nicht. Und er kennt natürlich dieses Zauberwort. Ja, allerdings darf sich die Seherin dann nicht erwischen lassen von den Wehrwölfen, weil ja sonst ist auch das Spiel zu Ende, sodass man aufpassen muss, wie man sich äußert und was man sagt. Da auch die Wehrwölfe dieses geheime Wort kennen, aber wirklich nicht alle Spieler, wird das Ganze richtig spannend. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal sagen, wir schauen mal in eine Sequenz hinein, damit ihr einen Überblick bekommt, wie so eine Runde abläuft. Und in diesem Spiel, wie gesagt, haben wir dem Bürgermeister offen einer Person gegeben. Das heißt, wir haben nicht zugelost. Ja, dieser Bürgermeister spielt zudem eine verdeckte Rolle, entweder Dorfbewohner, Wehrwölf oder Seherin. Und sodass ihr wisst, im Spiel zu viert ist also Dorfbewohner, Wehrwölf und Seherin auch noch dabei. Und diese unteren Kärtchen, die ich euch nachher noch erklären werde, die spielen jetzt in dieser Partie zu viert erstmal gar keine Rolle. Bürgermeister Zilke, vier Spieler. Die Karten werden verteilt. Jeder schaut seine Fähigkeit an. Und start. Schließt alle eure Augen. Bürgermeister, wach auf und tippe deine geheime Rolle an. Bürgermeister, wähle ein Zauberwort. Bürgermeister, hier ist dein Zauberwort. Bürgermeister, schließ deine Augen. Seherin, wach auf und schau dir das Zauberwort an. Seherin, schließ deine Augen. Wehrwölf, wach auf und schau dir das Zauberwort an. Wehrwölf, schließ deine Augen. Wacht nun alle auf. Ihr habt jetzt vier Minuten, um das Zauberwort zu erraten. Das ist ein Gegenstand. Ein Mensch. Eine Pflanze. Ein Mensch. Pflanze. Eine Fabelwesen. Figur. Das ist eine Person. Kubikfigur. Mickey Mouse. Eine Frau. Ein Mann. Super. Ich sammle die Flussbombe hier im Endeffekt. Das ist von Walt Disney. Kennt das jeder hier? Kennt die Figur jeder? Knopfjör. Disney habe ich nein gesagt. Wie du? Disney war die Pflanze. Kennt die Kinder die Figur? Pumuckl. Sandmännchen. Was da ist? Ich bin die Dinge alle heiß. Tipps auf. Viel Pepperwoods. Donald Duck. Männlich. Männlich war es, gell? Ja, männlich. Darkabertag. Ah, super. Komplett falsch, oder? Nicht komplett. Zwei grüne. Männliche Panzerknacker. Kommt es im Fernsehen? Läuft es noch? Schauen das unsere Kinder? Sandmännchen? Doch nicht. Was gibt es für mich da? Das ist eine menschliche Figur. Immer doch Schakett. Ja, aber das ist ein richtiger Mensch. Jakari? Oder ein Tier. Ah, das ist eine Zeichentrickfigur. Jakari? Ah, nee. Das ist eine menschliche Figur. Zeichentrick. Batman? Ist es ein Film? Ist das die hier? Okay. Tim Knopf? Das gab es auch als Film. Das gab es auch als Film. Tim Knopf gab es als Film. Ja. Aber als Serie. Was gibt es nicht derzeit für Kumpelversing? Für... Ist es für Kinder? Das ist gut so. Äh, Leolausmos. Denergarten oder... Was gibt es noch an Männlichen? Boah, da gibt es so viel. Und die kennen ja natürlich für alle nicht. Ich würde gerade sagen. Ich habe schon keines mehr geschaut. Wenn sie Kinder sind, dann sind alle raus inzwischen. Das Wandmännchen ist schon immer bekannt. Meinst du Männchen? Gibt es den seit Jahren? Also seit... Gab es den vor zehn Jahren schon? Okay. Also eine traditionelle Figur sozusagen. Könnte man es noch kennen. Tädel-Tubbies. Keine Ahnung. Spani. Ist eh gleich fertig. Ob der Baumeister. Gratuliere. Ihr habt das Zauberwort erraten. Bärwolf, decke deine Rollenkarte auf. Du hast jetzt 15 Sekunden, um die Seherin zu finden. Will sich noch jemand äußern hier am Tisch? Ihr seid ja echt gemein, echt wahr. Wieso denn? Die Zeit ist um. Wehrwolf, stimme jetzt ab. Drei, zwei, eins. Scheiße. War klar. Ja, und jetzt habt ihr gemerkt, in dem Fall war ich der Werwolf. Das heißt, ich musste die Seherin finden. Das fiel mir nicht ganz leicht, aber ich hatte dann doch eine kleine Vorahnung, sodass ich richtig lag. Das Ganze kann natürlich je nach Rolle auch ganz anders verlaufen, sodass man den Werwolf je nachdem finden muss. Und das wird einfach mithilfe der App angegeben. Das heißt, ihr tippt auf das entsprechende Bereich und die App sagt euch alles. Die führt euch quasi komplett durch das Spielgeschehen. Jetzt wird es noch Zeit, dass wir die anderen beiden Plättchen auch noch kurz vorstellen. Wir haben hier noch die Freimaurer und natürlich die Wahrsagerin und jetzt merkt ihr, abhängig von der Spieleranzahl, weil Freimaurer müssen auf jeden Fall beide Plättchen rein und auch die werden in der Nachtphase mal kurz die Augen öffnen. Sie kennen sich also gegenseitig, weil natürlich beide Spieler die Augen offen haben. Sie wissen dadurch natürlich auch, dass der eine oder andere kein Werwolf sein kann, was vielleicht vor, aber auch Nachteile mit sich bringen kann. Eine coole Rolle hat auch die Wahrsagerin, weil sie sieht ein Teil des Begriffes. Also sie weiß zumindest etwas, was das Lösungswort oder das Zauberwort ist. Sie muss aber auch aufpassen, weil wie gesagt, sie sollte sich natürlich auch nicht wie die Serien am Ende vom Werwolf erwischen lassen. Das sind die Plättchen. In dem Fall werden die auch angegeben, je nach Spieleranzahl, welche ihr verwenden solltet. Und das ist eigentlich recht einfach und richtig gut von der App gelöst. Man kann das Ganze allerdings auch ohne App spielen. Und da gibt es hier eine kleine Übersicht. Hier gibt es natürlich erst einmal ein paar Begriffe. Und hier wird auch dargestellt, was man vorzulesen hat und wer die Rolle übernimmt. Je nachdem der Bürgermeister oder ein separater Spielleiter. Das können dann ihr entscheiden. Und da kommen wir quasi zum Punkt und zum Fazit, was das ganze Spiel für Vor- und Nachteile mit sich bringt. Vorteil ist ganz klar und ich kenne auch die anderen Serien schon, Werwölfe etc. gemeinde. Da gibt es ja so viele. Man muss seinen Mitspieler vor der ersten Partie natürlich erst einmal jedem seine Rolle klar machen. Gut erklären, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Weil der ein oder andere versteht vielleicht seine Rolle nicht auf Anhieb. Je nachdem, wenn es auch eine spezielle Rolle ist und wer vielleicht die Erweiterungen hat von diversen Werwölf-Spielen. Der weiß ja, da sind ja schon ein paar knifflige, aber auch interessante, tolle Charaktere dabei. Die fehlen hier. Ja, hier hat man sich quasi auf das Grundschema, auf die Grundcharaktere berufen. Dank der App ist das eine richtig gute Ergänzung. Man kann ja viel über Apps dann schimpfen, ob sie lohnen oder ob sie eher das Spiel zunichte machen. Also eher dem Spiel schaden. Hier muss ich allerdings wirklich sagen, bei dem Spiel ist es wirklich klasse, die App zu nutzen. Und ihr habt ja auch gemerkt, an der Aussprache, an der Darstellung sogar die Wörter gegenüberliegen. Da hat man so viel gedacht. Das ist wirklich super gelöst, sodass man auch Anfänger hier recht leicht ans Spielgeschehen heranführen kann. Das ist absolut super. Natürlich könnt ihr das Ganze auch hier mit diesem Blatt spielen. Das funktioniert auch, aber in dem Fall nutzt auf jeden Fall die App. Und in die Vergangenheit der letzten Jahre zeigt ja, die Apps sind durchaus sehr lange aktiv. Dies gibt es auch kostenlos, in dem Fall ihr könnt. Also mal die herunterladen, einfach mal eintippen und ein bisschen mit dem ganzen Spiel, sodass ihr ein Gefühl bekommt. Das ist natürlich auch ein Vorteil, bevor ihr euch das Spiel dann quasi holt. Angegeben ist das Ganze für drei bis zehn Spieler. Wir haben jetzt hier zu viert gespielt, dass wir es euch auch zeigen können, in einer kleinen Runde. Zu viert ist für mich auch das Minimum. Also zu dritt, nee. Zu viert ist schon grenzwertig. Umso mehr, desto mehr Spielspaß. Natürlich das Ganze. Wenn man allerdings, es wird ja angegeben, zu zehnt hier sitzt, braucht man natürlich den Platz. Und jeder muss natürlich einen Blick auf das Tablet oder auf das Handy dann haben, um es zu sehen. Weil wenn man aufsteht und irgendwelche Bewegungen macht, dann könnte der Spieler links und rechts was mitbekommen. Und merkt, da stimmt was nicht. Ist es jetzt ein Seherin oder ist es eine andere Person, ein Werwolf, je nachdem. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Je nach Spieleranzahl wird auch angegeben, wer welche Charakter spielt. Ob ihr mit zwei Werwölfen spielt, das solltet ihr einfach mal ausprobieren. Beziehungsweise mit der App, da tippt ihr die Spieleranzahl ein. Und da werdet ihr schnell an das Spiel herangeführt. Das ist wirklich sehr gut gelöst. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, spiele ich mit oder ohne App? Ich habe sehr lange Jahre in dem Fall immer ohne App gespielt. Und das hängt einfach vom Personenkreis ab, den ihr habt. Wenn es geübte Spieler sind, die Werwölfe können, ja, da braucht ihr nicht unbedingt die App. Allerdings als Einstieg in diese ganze Welt von Werwölfen und gerade weil man ja oft einen Spielleiter braucht und gerade weil man die Rollen wirklich sehr gut erklären muss, ist wirklich dieses Spiel wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die App-Unterstützung, die lohnt sich. Also das ist eine Ergänzung, wo ich sage, das ist perfekt gelöst. Je nach Gruppe zündet das Ganze richtig schnell. Das heißt, ja, ihr werdet auf jeden Fall auf eure Kosten kommen. Man muss allerdings auch solche Spiele mögen. Ich habe es in Gruppen gespielt, die waren ja relativ abgeneigt. Die kannten schon Werwölfe in dem Fall. Werbwörter allerdings noch nicht. Und die haben gesagt, ach, ich weiß nicht, so, mach die Augen zu und dann mach sie auf und dann schau den Begriff an und versuch zu deuten. Da tun sich viele schwer. Aber ich muss sagen, die App tut einiges dafür, dass das Ganze wirklich einfach und locker verläuft. Und das Ganze geht ja auch gerade mal fünf bis zehn Minuten. Länger geht es nicht. Ich glaube, ich habe euch auch die komplette Gameplay-Sequenz oder fast die komplette eingeblendet, sodass man das auch sieht. Das geht wirklich schnell von der Hand und da kann wirklich jeder mitspielen und jeder hat auch seinen Spaß. Also von mir aus muss ich wirklich sagen, das Wortspiel mit geheimen Rollen, eine absolute Empfehlung, wirklich cool gemacht. Jetzt habt ihr nur die Qual der Wahl, wollt ihr mit oder ohne App spielen. Wenn ihr euch schon hier diese Box anschafft, dann probiert es auf jeden Fall mal mit App. Wie gesagt, kostenlos könnt ihr es herunterladen. Schaut es euch jeden Fall mal an. Also und wenn ihr gerade mehr Personen seid, ist super. Macht richtig viel Spaß. Und hier habe ich die Anleitung. Ihr braucht eigentlich jedem Spieler nur kurz seine Rolle sagen. Und das habe ich eigentlich schon fast erklärt mit der Seherin bzw. mit den Beispielen Werwölfen. Das wird deutlich. Und selbst wenn man seine Rolle dann zwischendurch nicht mehr weiß, was muss ich denn jetzt machen, wenn das und das so passiert, die App steuert und sagt genau, was diejenige Person machen muss an dieser Stelle, um das Spiel für sich zu entscheiden und damit zu gewinnen. Also insgesamt ein wirklich cooles Werwölfspiel. Nur in dem Fall heißt es nicht Werwölfe, sondern Werwörter aus dem Hause Ravensburger von Ted Alsbach. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das waren alle Infos zum Spiel. Ich sage Tschüss, bis bald. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblog zu euch nach Haus.